Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal einen Klassiker, ganz anders und zwar mit Pistazien- und Zitronengeschmack. Geht ganz einfach und das schmeckt richtig lecker. Legen wir gleich los zu den Zutaten und Zubereitung. Wir brauchen einmal Mehl, Zucker, Speisestärke, Sonnenblumen, also Öl, Sprudelwasser, Zitronenpaste, Backpulver, Pistaziencreme, Vanillepaste, Zitronensaft und gegebenenfalls grüne Lebensmittelfarbe. Alle trockenen Zutaten als allererstes in eine Schüssel geben und schön untermischen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Jetzt dann die flüssigen Zutaten hinzugeben und klumpenfrei, ich habe hier diesmal ein Handrührgerät benutzt, verrührt. Musik Bei den Aromen bei der Zitronenpaste, falls ihr keine Zitronenpaste zu Händen habt, könnt ihr natürlich auch geriebene Zitronenschale verwenden oder diese Zitronenaroma aus dem Glas, was man dann zu Weihnachten und so kennt, für Plätzchen. Das könnt ihr gerne auch verwenden. Ich habe hier diese Zitronenpaste, das habe ich glaube ich von, ich glaube das gibt es überall momentan. Ähm, genau, ansonsten, ja, Vanillepaste oder Vanillezucker. Dann die Springform einmal fetten, ich habe hier so ein Sprühfett verwendet, schön gleichmäßig besprühen. Dann ein Dreiviertel von dem hellen Teig in die Springform geben und gleichmäßig dann verteilen. Dann ein Dreiviertel von der Zitronenpaste. Ich habe hier bei der Pistaziencreme ungefähr ein Esslöffel Wasser hinzugefügt, damit es so ein bisschen flüssig wird. Nicht sehr flüssig, aber so, dass es so in dieser Konsistenz wird, damit man es schön unter dem Teig mischt. Also schön gleichmäßig verrühren können und dass es halt dann einfacher wird. Und dann habe ich die Masse dann einfach in den beiseite gelegten Teig, den hellen Teig hineingegeben und untergemischt. Und habe dann auch hier ungefähr weniger als eine Messerspitze grüne Lebensmittelfarbe hineingegeben, mit untergemischt. Einfach, dass die grüne Farbe ein bisschen hervorkommt. Und dann den Teig, den grünen Pistazienteig in die Springform draufgegeben, also auf den hellen Teig gegeben. Und dann mit einer Gabel diesen Marmoreffekt einmal kurz drüber gemacht. Und dann im vorgeheizten Backofen auf 170 Grad für ca. 50 Minuten schön backen. Immer wieder die Stäbchenprobe machen. Und je nach Backofen. Und dann schön abkühlen und erst dann von der Springform lösen. Ich bekomme sehr oft Fragen unter allen meinen Rezeptvideos, wo die Mengenangaben steht. Meine Mengenangaben für meine Rezepte, egal was für ein Rezept, findet ihr immer in der Infobox. Also wirklich unter dem Video könnt ihr einfach klicken, dann könnt ihr die Beschreibung sehen und die Rezeptmengenangaben. Und egal unter welchem Video, findet ihr immer meine Rezeptmengenangaben unter dem Video, also in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Übrigens dieser Kuchen ist ohne Ei und ohne Milch. Also für Veganer, für Allergiker ist dieser Kuchen mega geeignet. Und der klassische Marmorkuchen findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe hier schon mal den Guss, also den Kuchen von der Springform gelöst. Die Kamera hat das leider nicht aufgenommen, die Sequenzen. Und dann mit Zuckerguss einfach Puderzucker und Zitronensaft miteinander vermischt, drüber schön verteilt und gehackte Pistazien drüber gegeben, drauf gestreut. Und ja, schon ist unser leckerer Pistazien-Zitronen-Gugelhupf fertig. Der schmeckt so lecker fruchtig, dann hat man schmeckt auch dieses Pistazien-Geschmack raus. Und ganz einfach und es ist ein sehr einfacher Sonntagskuchen, sage ich jetzt mal, oder Kaffeekuchen. Falls ihr Gäste kriegt, der geht ganz einfach und schmeckt richtig lecker. Mal was anderes, nicht immer diesen klassischen Marmorkuchen mit Schokolade und dem hellen Teig. Einfach hier mal so einen Pistazien-Zitronen-Gugelhupf, mega lecker, ist ein richtiger Hingucker für euren Kaffeetisch. Und ja.